ok da ist die lösung nicht irgendwo zeichnungen das war lustig wie der Gast immer durch das Loch da springt ok ich habe hier schau mal mit dem rum weil der ist schneller unterwegs nix na gut mhm oh das kenne ich mal das ist geil wir nehmen die drachen gerade oh man bis ich das gecheckt habe das war echt ähm ja ziemlich dumm das ist hechelnd süß so vielleicht äh die Eingangstür hier ist ja auch noch so eine Tür ähm ja hat er mich auch gewundert nö das ist ein anderes Zeichen nö das ist ein anderes Zeichen ja gut wir können es natürlich auch einfach nur durchprobieren ähm es gibt ja nur 3 hoch 3 ähm 27 Möglichkeiten aber ich habe äh die Bilder die da sind eigentlich äh die kommen mir bekannt vor aber ich weiß jetzt nicht ob da irgendwas zusammen gehört oder so na gut dann versuchen wir es einfach mal so vor allem das Symbol da unten kenne ich nicht mach's gut Rike schön dass du da warst so wir haben es geschafft cool 1st try 1st try 2st try 2st try 2st try dieser rote Regen das ist allowed und diese roten Blasen dann ist schon echt ein bisschen ... wo 5 zu 3 9 3 muss ich da jetzt auch wieder das selbe symbol ich hätte mir die symbole merken müssen oh gott das wusste ich nicht kurz schnell wieder anfangen ok also dieses die fleisch 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 fleischende fleisch fleisch fleischende pflanze ist ganz viele menschen und ich belebe sie wieder ok Das ist einfach zu bemerken. Fleischfressende Pflanze ist auch interessant. Gut, hier vorne ist die Fleischfressende Pflanze. Das ist richtig. Und hier ist auch nochmal die Fleischfressende Pflanze. Ah, gut. Sehr schön. Es sieht halt immer ekelhafter aus. So geht der Geist überall hin und bellt da. So geht der Geist. So geht der Geist. So geht der Geist. Das muss ich wieder irgendwo anders öffnen. Gesundheit. Ja Tobi, wo sind jetzt die Pflanzen zum Auflagen da? So, du hast mich zum Niesen gebracht. Ha, ich bell dir jetzt mal was vor. Oh, das war ein heftiger Beller. Und da ist ein Stab. Oh, der ist ganz in der Nähe. Da oben wahrscheinlich. Da oben wahrscheinlich. so. So geht der Geist. So geht der Geist. So geht's. So geht's. Was heißt Spaß? Ich bin ein Fuchs. Ich darf das sagen. So. Jetzt geht das Tor auf. Wir nehmen natürlich den Stab. Wir nehmen den Stab. So. Irgendwo da. Ha. Ich weiß nicht, ob ich da auch hoch durfte. Ah, da ist noch. Schau. Es sieht immer so aus, als würde ich voll viele verpassen. und ich mag das Gefühl nicht. Gut. Das muss halt so eine riesige Stadt gewesen sein. Warte, warte, warte. Wo ist mein Geist? Okay, ich habe eine Errungenschaft freigeschalten, Best Friends, aber warum? Wo ist mein Freund? Wo ist mein Geist? Hä? Ich wollte da jetzt eigentlich bellen, aber ohne meinen Geisterfreund geht das nicht. Da vorne ist er. Was machst du denn da vorne? Du musst ja bei mir sein, hier. Wurdest du hier eingefangen? Könnte natürlich sein, dass der hier eingefangen wurde. Okay, also hier wieder die Leichen. Hier wieder die... Die aufgestandenen. Da gibt es jetzt noch einen. Das ist doch schon mal schön. Kann ich das anleuchten? Juhu! Jetzt brauche ich wieder Pflanzen da vorne. Pflanzen für... das andere Bild. Ich weiß nicht, was das bringt, aber es sieht schön aus. Und so leuchtet. Jetzt nochmal aufladen und dann würde ich kurz runter zu der Fuchs-Statue. Du kommst mit, ne? Ja, jetzt kommst du mit. Na gut. Anfass hochwert. Weil ich da genießt hab. Und das genossen hab. So. Ups. Nicht runterfallen. Ups. Ich habe wieder eine Errungenschaft freigeschalten. Garden of Light. Schön. Uiuiui. Kann ich mit dem nix machen? War gut. War gut. Kann ich mit dem nix machen? Oder? Wenn der Geist hier bleibt? Ne. Gut. Sieht nur schön aus. hier brauche ich gleich wieder meine kräfte hier oder es sieht so aus als könnte ich das weg das dünste zu gut weg da der starb komm ich da überhaupt rüber ganz ganz knapp ok dahinter ist er lass ich mal den stab hier und da ist auch ein tor ok dann muss ich wieder mit meinen mit meinem avatar da rüber Ja, aber ich gehe dann nochmal rüber. Das sieht so schön aus. Tja, jetzt muss ich mich wieder aufladen. Das ist ein bisschen blöd. Sonst kann ich nämlich kein Geisterfuchs mehr sein. Warte, warte. Ich kann den doch nicht nehmen. Warte mal. Hat mein Geist den Stock auch? Doch, nein. Wie komme ich mit dem da hinten hin? Wobei, vielleicht brauche ich den Stab gar nicht da, sondern der ist da. Ah, ich komme hier auch so rein. Ach so. Ja, cool. Also war er doch hier drin. Gern geschehen. So, dann schauen wir mal. Hm. Hm. Okay, das war einer. Dann muss da noch irgendwo einer sein. Ah, da oben. Da oben. Da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er. Und dann kommt er an. Okay, ich bin da oben. Es ist für ein Glück, wenn ich mich wieder zurückkehre. So. So. Ah. Nicht stecken bleiben. Ah. Wieso bin ich stecken geblieben? Und wieso bin ich jetzt runtergeschwungen? Du 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 du. Nochmal? Ah. Und jetzt rein und bellt. Ah. Gut. Sehr schön. Ah, da gibt es noch einen. Uiuiui. Uiuiui. Nein, stimmt. Ich leuchte ja nicht mehr. Ah, Tobi. So, jetzt kann ich wieder da oben bellen. Und das war's eigentlich glaube ich. Das waren drei. Oder? Muss ich hier? Ja. Jetzt halt. Genau. Ah, da gibt es ja noch einen. Da ganz oben. Oh nein. Oder doch nicht. Aber da rechts gibt es noch einen. Wie viele gibt es denn da? Okay, vier insgesamt. Ah, danke. Wow. Ah. Gut. Gut. Ah, jetzt. Jawollo. Ah, die Sound geht auf. Jetzt muss ich die Abo nur noch aktivieren. Chao. Ah. Ah. Na mit. Juuu. 2 2 Ah ja, ok, das geht zu schnell Voll cool Ah, nein, der da Okay Na dann Yay Die Welterste Wasserrutsche Nice Nochmal Ah, macht voll Spaß Wird jetzt hier alles Weggewischt Scheibe ich nicht Kapitel 5 Perfekt Weil es ist schon wieder 6 Uhr Deswegen werden wir damit jetzt leider aufhören müssen Genau Gut Dann Wieder Switchen Das ist schon wieder Bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020